ganz vergessen und damit einmal herzlich willkommen alle die mir jetzt bei youtube zuschauen das ist eine live stream aufnahme ich habe natürlich wieder vergessen sie die reichzeit ernst machen darum bin ich schon ein bisschen mit drin hier bei scorch von arg der neue neue update das dlc das erste erste zahlbare dlc quasi und ich habe es mir schon eine weile geholt aber ich habe es halt noch nicht vorher noch nicht ausprobiert und ja ich dachte mir ich probiere es mal aus mit euch zusammen ganz quasi fast blind weil ich habe mich versucht ich habe natürlich versucht möglich mich gar nicht freuen sondern ich werde direkt an lauf 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 und der robot ist klar da man das soll einfach sein hier hier steht einfach 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 ist doch einfach oder nicht warum ist ein einfach nicht einfach da kriegt man schon direkt auf die fresse hier das ist doch richtig scheiße finde ich gar nicht cool überhaupt nicht man was ist das hier denn hier zuckerrohr gibt mir das es ist so heiß hier das gibt es gar nicht warum ist das so heiß nun wo ich in der fucking wüste bin kommt schon jetzt hier ist schatten hier ist das schatten ist es wird hier am anfang glaube ich nun sterben leute keine angst wird spiel viel spaß habe ich werde von allem möglichen getötet was irgendwie geht man ich will nicht schon wieder sterben warum ist das denn so derma so heiß und was solche die machen vor allen dingen ich habe keine ahnung warum ist das nur so heiß wohin ich irgendwas kräften was man was was mir dabei hilft dagegen hilft das bauen muss ich muss ich was bauen aber ich kann doch gar kein level ich kann gar nichts bauen doch keine ahnung momentan ist hier nur großes massensterben angesagt hallo krebs und see grüß dich ich habe keinen plan ich koche hier nur gerade vor mich hin gar nicht schön finde ich überhaupt nicht gut jetzt mal sammeln sammeln ist glaube ich erst noch wichtig schon sand gott sei dank habe ich sand ich habe ein glas voll dreck oh man ich weiß noch nicht was ich hier sammeln und wie verhindere ich dass ich hier drauf gehe hier diese kacktein sind irgendwie wichtig die dinger vorhin habe ich ja noch kacktein gefunden über das ja ich habe gerade angefangen das erste mal hier alleine mit meinem abenteuer warum ist das so heiß wie verhindere ich dass es heiß ist keine ahnung ich sterbe schon wieder kannst du nicht muss kannst du nicht überall so heiß sein bin ich muss doch noch wasser geben hier ist der schatten warum ist es hier auch heiß ich habe auch nichts trinken ich werde schon gehe schon wieder ehle nicht darauf sag mal was hörst du mich nicht kannst mich hören hörst du mich nicht kannst du mich kannst du mich nicht warum sterbe ich es ist schon wieder soweit die elendig unter das ist einfach haben sie gesagt ich kann es nicht verhindern ich kann es einfach nicht verhindern oh sehr schön okay gut hörst du mich das ist gut ich hoffe du hast eine ahnung wie das hier funktioniert ich habe nicht keinen plan ich sterbe nämlich gerade schon wieder zum dritten mal es muss doch hier wasser geben ganz ehrlich bin ich überhaupt irgendwo da ist wasser da sehe ich das muss ja irgendwo hier sein oder nicht ja ich glaube ich weiß es ein bisschen verzögert ist es schon ja ist klar kann ich mir vorstellen kannst du mal wenn du ahnung hast wie ich hier die mit der hitze klarkomme dann kannst du mir das hier mal reinschreiben das wäre ganz praktisch oh gott das ist schon ein raptor und ich kann mich nie bewegen und mir ist heiß mir ist auch vor dem spiel heiß also mir ist allgemein heiß und ich sterbe bestimmt gleich warum kann ich das nicht verhindern erstmal sammeln alles sammeln sehr gut ja super da ist er schon wieder tot ist nicht das erste mal dass ich hier sterbe das mal gut dass auch mal krachen ach und krache schafft was überleben ist denn am besten da hier ist irgendwo wasser das muss irgendwie wasser sein also wenn ich hier irgendwo das ist ja schon die beste hier so nicht da so starte und dann gucke hallo dann muss ja irgendwo aber sein sind hier ein ziel muss ich irgendwo hin dass der canyon glaube ich da ist glaube ich wasser da gehe ich jetzt erstmal hin und versuche jetzt aber mich durchzuschlagen ein tetschhaus zu bauen tetschhaus schaffe ich das denn überhaupt rechtzeitig bevor ich hier schon vor ich elendig verrecke ist es nicht erst mal besser wenn ich nach wasser suche ich weiß es nicht und dann sofort fortitude lernen also auch aus killen meines auf fortitude das habe ich nur versucht wasser wie komme ich da runter oh gott tetsch alles sammeln ganz viel tetsch hier das ist bestimmt tetsch oh gott irgendwas was ich schon kräften kann ok das wollen hier schon ein bisschen stone also das bringt mir nix fiver steine brauche ich irgendwie sowas steine holz und dem ding jetzt holz das ist nicht mehr ernst so warm das geht schon mal fortitude ja fortitude bin ich schon dabei habe ich schon zumindest als erste level darauf investiert wie komme ich denn noch runter guck mal da unten ist wasser dann gehen wir jetzt versuche ich jetzt mal irgendwo hinzukommen und währenddessen versuche ich weiterhin holz zu sammeln und irgendwelche samen die einfach mal so rumliegen ist klar und ich versuche mal nicht gefressen zu werden oh gott oh ein level sehr gut wieder auf fortitude gehen und keine ahnung dort lernen und noch mit klamotten und tetsch auch tetsch auch scheiße ich soll jetzt muss das tetsch auch lernen verdammt nein jetzt habe ich das habe ich nicht das gilt so scheiß da wird okay ich habe die kleidung dagegen können wir versuchen dann vielleicht ist der die klamotten da ein bisschen gegen so ich halte mir ein bisschen was ab vor nicht schon wieder es geht schon wieder los muss man alles hier nicht rein stopfen was ich so finde hier ein paar pinto berries ja mechos alles rein aber sie bringen nix überhaupt nicht ich will da runter man das ist so hoch gott ich bin doch so weit da ist ein raptor ich töte mich nicht hier gibt es nichts verdurste hau ab bin ich da bin ich da hier das zeug nein ich werde das irgendwie geben wir die dinger keine waffen kein Wasser habe ich ja so viel geben wir die dinger wasser ne geben wir auch kein wasser geben wir nur essen oh oh das ist nicht gut das ist gar nicht gut ich darf auch nicht zu viel rennen sammeln 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 jetzt wir sammeln wirklich schnell leveln irgendwie versuchen runter ans wasser zu kommen irgendwie das Gefühl ich bin hier falsch kannst du sagen was du willst ich bin hier falsch aber es ist immerhin nicht mehr ganz so warm also sprich ich sterbe noch nicht ganz so schnell muss man doch irgendwie da hinten runter kommen muss doch möglich sein gott rettet mich ich bin es doch bist du denn ein geier hauptgeier so bitte nicht sterben ok oh man puh da kann ich jetzt selber schwitzen hier gehst du runter greifst du mich an hol uns ab ich bin noch nicht tot du brauchst mich noch nicht fressen noch bin ich nicht tot sieht alles nicht so nicht so prickelt aus runter hier unten ist das das ist die einzige grüne Ecke hier oh Gott da geht es ein bisschen tiefer Känguru oh Gott stirbt mich so ich bin schon mal im Canyon erstes Ziel erreicht das heißt das Wasser entdecken ich habe vorhin Wasser gefunden das heißt ich muss irgendwo da sein irgendwo da hinten irgendwo da unten das heißt ich muss hier ich muss jetzt auch irgendwo Wasser geben was ist das ich will das haben Fiber Schrott Verbären Blödsinn weiter Wasser suchen wir dürfen hier nicht sterben ich darf hier nicht ertrinken äh ertrinken ach Quatsch verdursten Mensch ertrinken wäre doch schön Wasser das Wasser ich habe Wasser gedeckt bitte bitte lasst hier keine blöden Bissicher sein ach ja Gott sei Dank so jetzt können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren jetzt haben wir schon mal eine Wasserquelle das sollte das schon mal soweit ganz gut funktionieren keine Ahnung erstmal alles möglich alle möglichen Crab sammeln damit wir hier schnellstmöglich an Level kommen bist du böse? bitte töte mich nicht Schluss